Oh, ich dachte, ich kicke irgendjemand. Hallo Freunde, was ist denn? Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, ich grabe mal einen ganz, 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 ganz alten Schatz aus. Und zwar habe ich mir gedacht, ich hole mal wieder, kennst du das auch? Back ins Game. Freunde, viel Spaß mit dem Video. Kennst du das auch? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr endlich, endlich euren Vorsätzen für das neue Jahr nachgeht? Jetzt zieh ich durch. Amenakoyo! Ey, das gibt es auch nicht. Ey, das ist auch nicht. Oh, 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 oh. Okay, gut. Ja! Kiiiii! Kennst du das auch? Kennst du das auch, also wenn du ein Auto hast? Wenn du so einen ungeduldigen Penner hinter dir hast? Oh! Genau. Hey! Kennst du das auch? Kennst du? Genau du da draußen! Diese Situation beim Burger King. Ist schon zu da? Da sind doch noch Leute. Hey Digga, ich seh dich man. Mach mal die Tür auf. Die geht nicht auf. Kennst du das auch? Gib das zu, jeder von euch hat diesen einen Freund, der diese Aktion schon mal gebracht hat. Ja Digga, ruf mich mal an. Sie haben Post. Sie haben Post. Sie haben Post. Ja Digga, ruf mich mal an. Eine Woche später. Jo! Der Gesprächspartner ist zur Zeit leider nicht erreichbar. Blöde Bichser. Sie haben ja gesagt. Ah! Das hätte ich nicht mal nie erwartet. Ja, was denn? Du weißt doch was? Das nächste Mal gehst du ran, wenn du sagst ruf mich an. Das nächste Mal gehst du ran, wenn du sagst ruf mich an. Ja, dann ist euer Leben an euch vorbeigegangen. Habt ihr echt ne Menge verpasst. Deshalb solltet ihr die. Kennst du das auch? Playlist abchecken. Ist da überhaupt genug Platz? Ja. Ja, ja. Okay, dann solltet ihr die da auf jeden Fall abchecken. Machst du da? Das hat so gar keinen Sinn ergeben. Aber scheißegal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht auch noch für kennst du das auch? Fakten haben, die vielleicht ins nächste Video kommen. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Wie gewohnt. Ich lass euch nicht im Stich. Bla bla bla. Bis zum nächsten Mal.